Ging dir der Dieb Zarkon aus Zelda Majora's Mask nicht auch schon mal so sehr auf die Nerven? Dass du dir gewünscht hättest, du könntest ihn für seine Taten mehr bestrafen? Es reicht dir nicht aus, nur das Diebesgut zurückzubekommen? Du willst deine Selbstjustiz einfach mal auf ein höheres Level heben? Beklaut der Typ einfach die Menschen der Stadt und diese arme alte Frau? Oh, Depp da! Jetzt reicht's. Da der Depp hochexplosive Ware stiehlt, reicht ein gezielter Pfeilschuss aus und... BOOM! Ins Nirvana gesprengt. Der klaut sich ja nie wieder was. Tja, Zarkon, Berufsrisiko. Sorry um die Ware, Oma, aber das musste sein. Oder...